Wir müssen ganz leise sein. Sieht das so aus? Es sind jetzt Tiere. Was denn für Tiere? Wo gehst du denn hin? Zu meiner Oma. Siehst du das? Deine Mutter sagt, ich bin verrückt. Mach mir zu, da kann nichts sein. Weil ich mich einmal vertan habe. Viermal, Mama. Und was machst du da? Carla? Carla! Genau. Nichts. Ich, kein Mensch. Wenn du nicht mehr einfach bist, wir sehen, ich werde dichelassen. Ich komme zu meinem Umbring, ich komme zu meiner Umbringung. Nein, ich komme zu meiner Umbringung. Ich komme zu meiner Umbringung. Ich komme zu meinem Umbring.